Servus und herzlich Willkommen bei SUNDERSTRIKE! Wir befinden uns heute in ein, ja so wie man das sieht, im Hintergrund schon in ein Zoo. Und zwar kenne ich diesen Zoo schon seit ich wirklich noch ein Pampers Kacker war, muss ich ganz ehrlich gestehen. Und wir wollen diesen Zoo einfach mal begutachten, weil man vieles gehört hat hier schon drüber. Und ich muss aber sagen, sie sind am Umbauen und mal gucken. Eigentlich wollte ich heute nicht so positiv hier drüber berichten, aber anscheinend geben sie sich Mühe. Auf jeden Fall das Personal, muss man mal eben sagen, ist sehr sehr freundlich. So, wir nehmen uns mit! So, wie ihr hier seht, die ersten komischen Viecher. Nein, das sind Flamingos. Das weiß doch jeder. Noch ziemlich müde, noch träge. Wir haben nämlich erst 10 Uhr morgens. Hier ist es auch immer ganz schön aufgelistet mit schönen Fotos und woher die Tiere kommen. Finde ich auch sehr schön. Was auf jeden Fall einen Daumen hoch. Da ist auch immer der Name dann da unter, wer gestiftet hat dafür. Hier ist auch wieder dann immer diese Schilder hier. Das finde ich schon sehr schön. Da kann man vieles nachlesen, wie zum Beispiel jetzt nehmen wir das mal eben. Hier haben wir die Größen, Gewicht, Nahrung, Lebensraum, Brutdauer und das Höchstalter. Und dann ist hier unten immer noch, aus welchem Land sie kommen. Also das muss ich sagen, finde ich sehr sehr süß gemacht. So, das sind die Viecher. Nein, man nennt sie auch Schafe. Ich weiß, wovor ich persönlich total Respekt habe. Ich weiß nicht, trauen wir uns rein? Trauen wir uns rein? Ne, da hinten sind sie. Also, vor denen habe ich Respekt. Guck mal, Nils raschelt gerade mit der Tüte. Und jetzt geht es los. Jetzt kommen sie alle. Pass mal auf. Muss mal ein bisschen doller kuscheln. Ja, so. Jetzt kommen sie. Na, traust du dich rein? Komm, wir gehen rein. Wir sind jetzt mal, also wenn die Kamera runterfällt. Da darfst du reingehen? Ja, hier dürfen wir reingehen. Okay. Wir gehen jetzt einfach mal ganz stumpf rein. Der guckt schon so bei den großen Augen. Nein, da hat so. Oh Gott, hat der große Augen. Hallo. Ich scheiße mir eine Hunde. Ich habe nichts zu essen, Leute. Hier darf man auf jeden Fall, muss ich mal eben für die Damen sagen, die gerne Hackenschuhe tragen. Nicht im Zoo, bitte. Nicht im Zoo. Guck mal, guck mal. Füllen Sie mal die Leichtheit. Die haben richtig Hunger. Zur Seite. Susi beim morgendlichen Füttern. Nein, ihr müsst einfach zur Seite. Ich gehe das nicht. Was machst du da? Ich gehe jetzt rein. Ja, ich auch. Warte, ich komme mit. Ja, guck mal her. Hast du Angst? Au! Erstmal weg von mir. Oh mein Gott, das Lame kommt. Ja und? Nein, ich mag das nicht. Da kommt das Lame. Als wenn das hört, dass es langsam essen soll. Jetzt wird Nils mal erfahren, wie die Viecher sind. Hör doch mal easy. Ja, bleib easy. Du hast Futter in der Hand. Oh, ich weiß. So lange ist es noch kitzelt. Nein. Jetzt ist beleidigt. Das ist das bestimmt, das bestimmt eine Frau. Hallo. Aber ich andocken hier. Jetzt gleich. Hopp. Weg, langsam, langsam. Also bei den Ziegen ist immer Vorsicht geboten. Auf jeden Fall. Guck mal, jetzt kommt das Lame von hinten. Das Lame kommt von hinten. Was? Auch normalerweise. Aber du guckst doch irgendwie so traurig. Nein, das guckt nicht traurig. Das guckt schon... Boah! 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 Wie einig doch so! Papa! Wie so typisch. Hier totale... Hier Dreck, Dreck. Weißt du? Und ich habe wieder total weiße Schuhe an. Also keine weiße Schuhe. Ja, Nils, der kämpft sich da hinten noch einen ab. Ja, der streichelt so an sich. Film dir mal so ein bisschen. Ist eigentlich ganz schön. Also man kann auch rumrum gehen. Ich mache es nicht. Ich weiß nicht warum, aber ich traue die Dinger nicht. Die sind mir nicht geheuer. Besonders wenn man Tüten in der Hand hat, dann kann das sehr gefährlich werden. Also, ja, Nils ist auch schon angedockt worden. Der hat auf jeden Fall schon dreckigen Pullover. Ja, wir gehen auf jeden Fall mal weiter und gucken, was es noch hier so gibt. So, hier sind wir. Ich glaube, die nennen sich sogar Totenkopf-Affe. Ja, genau. Oh, noch müde. Hey. Bist du auch noch müde? Hey, du Schluck. Hallo. Die sind so süß. Aber die können auch biestig sein. Ja, du sollst ja nicht mit der Hand da rein. Ich gehe doch gar nicht da rein. Oh, hier kommt der Nächste. Oh, guck mal. Hallo. Voll niedlich sind sie. Die gibt es hier auch. Das Gehege an sich. Kann ich jetzt mal aufnehmen. Ein bisschen weiter zurückgehen. Nils fummelt trotzdem mit den Händen da rum. Ist auch nicht so groß, sag ich mal. Aber für die Kleinen ist das noch akzeptabel, würde ich jetzt sagen. Hier ist auch wieder eine schöne Beschreibung. Nein, das sind Weißkopf-Äffchen. Ach, guck mal. Habe ich doch nicht recht gehabt. Ich habe echt gedacht Totenkopf-Äffchen. Na ja, gut. Okay. Gut, dass es diese Schilder gibt. Wie immer gesagt. So, hier. Ey, da seht ihr mich. Guck. Es ist schlecht zu füllen jetzt, weil es ist hinter Glas. Da laufen auf jeden Fall kleine Mäuse. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt so raufkriege. Haben sie ganz süß gemacht. Doch, man sieht das so ein bisschen. Da könnt ihr jetzt kleine Mäuse sehen. Das ist niedlich. So klein und so große Ohren. Ich habe hier auch so komische Fliege. So, hier fliegen auch fliegen. Fliegen auch fliegen. Aber ist das nicht goldig? Das ist ja ein Trittsgeldleid schon wert. Ja, also apropos. Hier, Nils, erzähl doch mal ein bisschen was zum Eintritt. Warum muss ich eigentlich immer reden? Du musst nicht immer reden. Doch, ich muss immer reden. Ich mache die Filme und alles. Also Eintritt ist auf jeden Fall günstiger geworden. Wie sie mir sagt, hat er vorher 8 Euro. Der kostet nur 7 Euro. Gut, das einzigste Nachteilige, was ich jetzt finde, ist, muss ich jetzt auch hinzu sagen, du kriegst hier Futter, aber du darfst eben nur in dem ersten Gehege für die Tiere. Was wir ja schon gestimmt haben. Finde ich ein bisschen blöd. Hier ist es auch ganz niedlich. Hier ist so ein ganz kleines Gebäude. Und hier sieht man das schon. Hier fliegen sie schon. Wenn ihr mal genau hinguckt, da braucht ihr ganz gute Ohren. Augen. Ich habe Respekt vor den Dingern. Ich summe euch mal ran. Da oben können sie halt reinfliegen. Seht ihr das? Da krabbeln sie dann rein. Und dann gehe ich mit euch jetzt mal ins Haus rein. So, hier sieht man das. Eingang Bienenhaus. Hier ist es auch nochmal sehr schön beschrieben. Also ist auch für Kinder sehr schön. Und jetzt... Jetzt gehen wir mal rein. Ich hoffe, das Licht macht hier so ein bisschen mit. Seht ihr? Da oben, was ich euch eben draußen gezeigt habe. Da fliegen sie dann rein oder krabbeln sie. Und dann setzt ein Glas vor oder ist die jetzt wirklich so offen? Nein, die sind nicht offen. Das siehst du doch. Und da befindet sich dann das Plexiglas hinter. Und da sieht man auch schon, dass sie Honig gebildet haben und so. Also ist ein bisschen schlecht zu erkennen mit der Kamera jetzt gerade. Aber es ist sehr schön beschrieben alles. Überall hängen ja Schilder und welche Honigarten es gibt und und und. Also es ist echt süß gemacht. Die Mache... Äh, äh, der V legt sich gerade wirklich mit dem Hasen an. Einen Futter oder was? Pst. Der ist in... Wirklich... Der ist wirklich in das Gehege von den Hasen rein und macht Stress mit den Hasen. Ich habe ich auch noch nie so gesehen, wie das aussieht, wenn sie kampfbereit sind. Hallo, du machst den Zoo dreckig. Findest du das schön? Jo. Beruhigen sie sie mal. Ja, danke. Ist echt nett von ihnen. Was schreist du mich denn da hinten an? Also ich glaube, hier sind die Hühner verrückt. Hier gibt es eine riesen... Doch, Terrasse. Ja, aber nicht schön. So, wie man hier sieht. Hier sind auch wieder die Schilder. Die sind echt an jedem Gehege. Das finde ich toll. So, wollen wir mal gucken, ob wir welche sehen. Ja, da unten sind es schon welche. Da sind sie. Hat man auch einen schönen Ausblick hier oben, muss ich sagen. Ich will mal eben wieder zurück. Das müssen wir aber nächstes Mal neu machen können. So, also man hat wirklich einen schönen Überblick. Also diese Hochterrasse, wie man das auch immer schimpft, die ist echt, die gefällt mir gut. Aber auf jeden Fall etwas zu bemängeln, weil ich sage mir mal, ich bin selber Mama und wenn ich das hier sehe... Ich weiß, man kann nicht alles auf einmal machen, aber das müsste man... Meine Tochter wäre nämlich jetzt so, weil sie gucken will und würde das von hier unten... Man muss ja so denken, das wäre jetzt Kinderhöhe, würde das gar nicht sehen und würde quasi... Reingreifen. ...so reingreifen. Also das ist auf jeden Fall sehr, sehr zu bemängeln. Es geht mir jetzt nicht um das Streichen an sich, sondern einfach... Ja, schön sieht es nicht mal aus, ne? Ich meine, sie geben sich ja schon Mühe, dass da vorne der Eingang ist erneuert worden, aber wenn ich das so sehe... Ja, nicht gerade... Naja. Was halt immer wieder auffällt, ist es halt beim Gehen, diese riesen Dinger, die auf dem Weg hier... Löcher. Ja, hier sieht man das auch, hier. Das ist wirklich... Also der ganze Weg an sich ist echt hubbelig und knubbelig. Fällt auseinander. Boah, wie gut das hier immer riecht. Hier haben wir jetzt die Exotik-Abteilung. Ja. Alter, Schlange. Hier ist da oben, seht ihr die Schlange, aber... Ja, es geht, ich sag mal so... Es ist, es ist, es ist halt, ja, es ist halt gemacht worden, aber, ja, es haut mich jetzt nicht so direkt um. Wie man sieht, die Scheiben, ich kann euch das nicht direkt zeigen, da sind auf jeden Fall... Mäuse drin. Entschuldigung. Ja, und man merkt... Licht ist da nur so, so ein Blaulicht. Ist angeblich so eine Spinne drin. Ich glaube auch, ich hab sie da hinten gesehen. Aber wie ihr merkt, man muss schon echt heftig gucken. Weil auch so, jetzt auf der Kamera ist es schon schlecht, aber wir sehen auch nicht gerade viel. Es ist, es ist schade. Es ist echt schade. Ist auch wieder so, von da bis da befindet sich eins von denen. Von den Schildkröten ist auch natürlich. Drei sehe ich jetzt von den Schildkröten. Und da drinnen auch noch zwei Schlangen. Also ich weiß nicht, ob das so in Ordnung ist. Keine Ahnung, was sagt ihr dazu? Schreibt doch mal was unten in den Kommentaren rein. Ich bin nicht so der Tierexperte, aber ich finde das... Weiß ich nicht, ist das schön oder nicht? So, jetzt sind wir beim Affengehege. Hier kann man rein. Da steht auch, dass man die Tür immer geschlossen halten soll. Und das auf eigene Gefahr natürlich ist, Tiere nicht anfassen darf und auch nicht füttern darf. Ich hoffe jetzt, dass sie meine Kamera natürlich nicht interessant finden. Okay. Wie gesagt, da hinten ist schon wieder der Ausgang. Es ist ein ganz kleines Gehege. Aber für die Affen ist das okay. Sie haben drinnen die Möglichkeit. Und jetzt habe ich schon wieder schissene Büchs, weil die sind total neugierig und kommen schon wieder an. Also das sind nicht die Erfen, die die Geräusche machen. Wir sind unten angekommen. Von da bis nur da geht das Gehege. Es befinden sich da zwei Löwinnen drin. Ich glaube, ein Männchen haben sie gar nicht mehr. Und ich weiß nicht. Ich finde das Gehege zu klein. Eindeutig. Für meine Verhältnisse, finde ich, müssen so eine großen Tiere auch Platz haben. Und man sieht, da ist die ganz kleine Hütte, da kommen sie abends rein. Das daneben ist schon eine andere. Also diese erste Tür hier vorne. Da kommen sie dann abends rein. Aber sie schnurren ja wenigstens. Das ist ja schon mal ein gutes Zeichen. Ja, hier sind eigentlich immer diese Affen, die auch so schreien. Da kommt schon der erste. Herzlich willkommen. Los, komm schnell. Ich habe die Kamera noch an. Ja, komm. Also gerade erst Gehege aufgegangen. Da, ja, so, kommt raus. Extra. Haben sie gesehen. So. Boah, ihr denkt sich auch, ey. Du bist gemein. Das sind die Affen, die immer so richtig schön schreien können, finde ich. Hallo. Super machst du das. Da muss ich wieder sagen, dieses Gehege an sich finde ich ja noch schön aufgebaut. Also die können gut klettern. Aber ich zeige euch vielleicht mal, was ich nicht so schön finde. Obwohl, vielleicht hat sich es schon wieder geändert. Das kann ich jetzt nicht so sagen. Aber sie geben sich ja Mühe, muss man ja sagen. Es ist ein kleiner Zoo und sie geben sich Mühe. Sie sind dabei, das alles umzubauen. Das sind die Bonnen. So. Ja, dieses Gehege haben sie doch schon fertig gemacht. Meine Güte, sind die schnell. Voll süß. Das war letztes Mal, wo ich hier war, einfach noch nicht fertig. Hui. Ihr seid ja schnell. Auf jeden Fall, dieses Gehege war erst nicht fertig, wo ich noch gedacht habe, dass es immer noch leer steht. Also, Pluspunkt. Das haben sie mittlerweile fertig gemacht und es ist echt süß anzugucken. Diese kleinen Süßen. Wir haben gerade festgestellt, dieses Gehege, was wir auch eben so ein bisschen gezeigt haben, schon mit den Kleinen. Das ist auf jeden Fall in Ordnung. Wozu ich wieder hier zu sagen muss. Hier ist dieses Schild. Seht ihr? Zwergotter und dann, wenn man gucken will. Ja, soll ich in den Busch gucken oder könnte eigentlich mal geschnitten werden? Hier sind Brennnesseln. Ja, wie soll man hier gucken? Da ist der Teich. Das ist echt, ja. Aber hier ist das Schild. Also, hier haben sie ja auch, so dass man da, müsste man denn hier so ein bisschen rumgehen. Ja. Das ist wieder der krasse Nachteil, ne? Ja, von hier aus kannst du da so ein bisschen reingucken. Aber was wieder lustig ist, da ist das Schild und da ist alles verwuchert. Ja. Ja, das ist eigentlich ganz schön mit dem Bachverlauf hier. Hier muss ich auch wieder sagen, hier ist das, was ich eigentlich bei den anderen Gehege vorher hatte. Hier wissen sie nicht, was sie machen sollen. Das steht, könnt ihr auch sehen, das war 1972, 1980, 1990, 2000, 2015, wussten sie noch nicht wirklich, was hier passieren soll. Und wir haben mittlerweile 2019 und das ganze Gehege von wirklich da hinten bis hier vorne steht komplett leer. Was ich eigentlich schade finde. Da war ein weißer Tiger drin, ähm, dieses Gehege haben sie einfach hier vorne abgenommen. Da ist ein kleiner Zaun da unten dran. Und dieses Tigergehege wurde aufgelöst für die Wildschweine, wo ich aber sagen muss, ähm, das ist noch nicht so lange her. Und wenn ich sagen muss, so seht ihr mal, ich bin ja klein, ja, ich wusste... Für mich reicht das. Aber für Kinder ist es nicht so. Nee. Toll, die hätten nur die Möglichkeit von hier vorne zu gucken und nicht von da hinten. Tja, da würde ich sagen Daumen runter, ne. photos, AirPods. Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020